Du weißt doch, wie das mit den Frauen läuft. Stopfen sich in dein Leben und sorgen sich richtig schön voll. Ihr spielt schön? Mit meinen Sachen? Du bist 36 und vögelst nur kleine 20-Jährige. Werd mal erwachsen. Ja, du machst das geil. Sex mit dir ist wie so ein Casting für einen Pornofilm. Jede Frau spielt da mal was vor. Von mir aus, die ist echt eine verdammt schlechte Schauspielerin. Du weißt eh nicht, warum du so oft mit den Vögeln da abhängst. Such dir doch mal ein heiratsfähiges Objekt. Das ist mir echt ein bisschen unangenehm, aber kannst du mir vielleicht 2 Euro pumpen? Kine, du kannst dir vornehmen, mehr Sport zu treiben. Du kannst nicht auf Bestellung deinen Traummann finden. Ich bin der Marcel. Wieso seid ihr eigentlich nicht zusammen? Wir sind alles Kumpels. Da steckt man doch nicht gegenseitig sein Ding rein. Moment, nur unter einer Bedingung. Wir bleiben auf jeden Fall Freunde. Freunde, bleiben wir nur, wenn der Sex geil ist. Bist du jetzt so richtig verliebt? Tina ist der Hammer, aber irgendwie kriegst du das nicht gebacken. Ihr seid sofort übereinander hergefallen? Mensch, Tina, mein Arsch hat vielleicht noch 5 gute Jahre. Sag mal, gibt's hier keine cooleren Typen? Du bist mein King. Mensch, ich gebe nur was vor. Nein. Ich glaube, die ist wirklich gekommen. Die kommt immer noch. Gib's mir, du geiler Hengst. Ja, man fängt jetzt mit dem Programm schon vorher an, oder wie? Ich glaube, die ist, nicht so tight. Eyne hier. J 이것은 nicht! Ja, dann hab ich es dir. Ich glaube, ich gebe dir als nächstes Mal. Lازgren. Ich habe es bei dir in den bestimmt getrunken. Ich komme wieder immer wieder hin. Ich weiß, ich das wieder hin. Ich hoffe, ich bin jetzt mit dem Programmierter. Ja, n książst. Ich Studier'uche. Ich teil, was mir nichtции Brazilian. Ich bin zweier, wann hier auch gleich Kinwärkt. Ich werde Chad Beyond Neufer uns wollen. Ich bitte gerne instit 호叔 athletics.